Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und das ist das erste Video, wo wir etwas genauer auf einen Trailer eingehen vom DC-Fandome. Es kommen demnächst noch ein paar Reactions und Reviews zu den anderen Trailern, die wir so bekommen haben. Aber das Wichtigste machen wir, glaube ich, heute direkt als allererstes, nämlich den Trailer von The Batman, wo wir die ersten Szenen von Robert Pattinson in seinem Batman-Kostüm bekommen. Das Panel war halt so aufgebaut, dass der Regisseur ein paar Sachen gesagt hat, die ultra langweilig waren. Und es sind erst 25% des Films abgedreht, deshalb haben wir auch noch nicht so viele Action-Szenen oder sonst was. Wir haben hauptsächlich die Szenen, die wir auch schon im Internet gefunden haben, als Set-Bilder. Aber trotzdem fand ich den Trailer eigentlich ganz gut. Wir schauen ihn uns mal zusammen an. Ich glaube, wir kriegen jetzt direkt schon am Anfang so einen Überblick darüber, wie diese ganze Atmosphäre da ist, mit diesem dunklen, etwas mysteriösen Riddler als Gegner. Ja, und hier halt der erste Blick von Robert Pattinson als Batman. Es ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wir haben das schon als Set-Bilder gesehen. Alles in allem finde ich das hier ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil... Irgendwie auch sein Kinn sieht noch so ein bisschen... Ich weiß nicht. Irgendwie ist das nicht ganz stimmig. Der Suit an für sich ist okay. Auch wenn mich stört, dass hier halt irgendwie kein Bad-Kopf dabei ist. Das ist aber im Großen und Ganzen eigentlich ganz in Ordnung. Das haben wir auch schon gesehen als Set-Bilder. Warum ist er zu dir geschrieben? Und dann haben wir hier gesehen, wie er sich mit der Polizei angelegt hat. Also das scheint auch... Also ich glaube schon, dass Robert Pattinson es ganz gut rüberbringen kann, so diesen Batman. Auch dieses Auflehnen ein bisschen gegen das Gesetz. Das war eine krasse Szene. Ich bin Vengeance. Und diese Szene hat so ein bisschen gezeigt, in welche Richtung Robert Pattinson als Batman geht. Und zwar, dass er vielleicht so ein bisschen über das Notwendige der Gerechtigkeit hinausgehen muss. Weil er geht halt schon eigentlich in dieser Situation, wo er einen dieser Joker-Kompaden besiegt, einen Schritt zu weit. Er ist schon wehrlos auf dem Boden und schlägt trotzdem halt noch weiter drauf ein. Und sagt, ich bin Vergeltung. Es ist halt schon eine etwas andere Darstellung. Und auch das Batmobile sieht übelst krass aus. Es hat ein bisschen was von Kit. Ein bisschen was von Kit, so das Design. Ist halt schon ein Unterschied zu den anderen Batmobiles, aber... Ja, mal was Neues. Das ist halt schon ein bisschen was. Und die Sache ist halt einfach... Ich glaube, dass dieser Film eine sehr, sehr gute Atmosphäre haben wird. Mit diesem sehr mysteriösen Gegner, diese neue Art von Riddler, die wir bekommen werden. So hat es der Regisseur selber gesagt. Und dieses Ganze mit Rätseln und diesen ganzen Psychospielchen, die die da abziehen. Das ist schon echt krass gemacht. Und auch wenn wir nur 25% des Films jetzt abgedreht haben, hat dieser Trailer es doch geschafft, schon echt gut diese Richtung des Films zu deuten. Ich bin wirklich sehr gespannt, also für Robert Pattinson als Batman, wie er das Ganze so rüberbringen wird. Ich war am Anfang ja sehr, sehr skeptisch und habe gesagt, boah, ne, ich weiß ja nicht. Aber ich gebe dem Ganzen eine Chance, weil... Es macht halt wirklich was daher. Es macht optisch schon ein bisschen was daher, was jetzt gedreht worden ist. Wir bleiben mal gespannt, wie es weitergeht. Und ich möchte eure Meinung unten in den Kommentaren mal wissen. Hat dieser Trailer dafür gesorgt, dass ihr dem Batman-Film ein bisschen anders gegenübersteht? Oder sagt ihr, ne, ihr seid immer noch genauso kritisch wie vorher? Lasst das mich gerne unten in den Kommentaren mal wissen. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video wieder. Und ich sage ciao. Und bis dann. Söder Manchen. Vielen Dank.